Musik 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 Viele Christen haben es geschafft, trotz der schwierigen Situation, die durch die Coronavirus-Pandemie entstanden ist, einigermaßen zu überleben. Doch nun steht die Affenbocken-Pandemie vor der Tür. Wie lange wird diese Welt noch so weitergehen? Finde hier heraus, was noch kommen wird, bevor sich unser Erlöser zugunsten seines Volkes offenbar nimmt. Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, genannt, treu und wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme, und auf seinem Haupte sind viele Diedem. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als mehr selbst. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand, und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Kriegsheere, die im Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, angetan wie ein weißer, reiner, langer Mann. Und aus seinem Munde geht hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert, auf das er damit die Nationen schlagen. Und er wird sie weiden mit eiserner Rute, und er tritt die Kälte des Weines des Primmels des Zorns Gottes der Salmettel. Und er trägt auf seinem Gewand, auf seiner Hüfte, einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herr. Offenbarung 19, 11 bis 17 Offenbarung 19, 11 bis 18